hallo ihr lieben und willkommen zu einer neuen folge mad max schön dass ihr wieder eingeschaltet habe schön dass ihr dabei seid und ich mache mich ja gerade auf ins screen nest so heißt dieses viertel hier oh shit 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 ich muss die irgendwie versuchen einzeln zu kriegen komm her komm her hier 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 shit wow ich bin gleich weg ich bin gleich weg ich habe auch ich habe noch wasser ich habe noch wasser muss da irgendwas vertrinken krass was ist das hier nest ja shit wie sind die denn drauf das ist ja fast unmöglich da einzufallend vielleicht hätte ich das doch mit dem auto machen sollen damit im auto rein fahren ist vielleicht schlauer mal gucken wir mal rein da gehen wir mal im auto rückwärts rein da in dem ist so 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 Oh, keine Chance. Obwohl ich Dreieck gedrückt habe. Keine Chance. Mega vermöbelt hier von zehn Menschen auf einmal. Ich muss da mit dem Auto weiter reinfahren. Vielleicht kann ich die irgendwie überfahren. Das Auto steht auch so doof. Geh mal rein. Geh rein da. So, ich fahr mal los. Fahr mal los. So. Ich muss mal eben schauen. Muss ich da denn eigentlich unbedingt hin? Zerstöre die Transfer-Tanks. Eigentlich muss ich da, ja, Schwierigkeitsgrad ist ganz schön extrem hier. Schnellreise zu diesem Ort verfügbar. Verfügbar. Schnellreise. Das machen wir doch mal eben. Das war mal eine schöne Sache. Da muss man nicht ganz wieder hingurken. Das können wir vergessen, das Krähen-Nest. Das wird noch nichts. So, das ist unser Ausguck. Wertvolle Information. Das war das Krähen-Nest. Kann ich da auch schnell Reise machen? Nee. Gut, als Festung auszubauen. So, fangen wir erstmal zurück zur Festung. Das macht ja so noch keinen Sinn. Wir sind noch zu schwach. Haben wir hier Wasser? Wasser haben wir ja auch nicht. Mal sehen, ob wir hier noch irgendwo unter Wies Wasser haben. Nee, haben wir auch nicht. Aber ich denke mal, wir kriegen da auch gleich wieder frischen Power. So, okay. Wow. Oh, ich glaube, da bin ich da. Geht doch. Geht nochmal auf den Anfahren. Wow. Bisschen was haben wir ja schon eingesammelt. Ich nehme das mal, glaube ich, an der Seite hoch. Ah, da sind wir noch zu schwach. Für die, für das Vogelscheuchen-Reservoir, das schaffen wir noch nicht. Der macht uns ja mega blank. So, ich gehe nochmal in den Hoch. Ob das jetzt irgendwie schon was Neues gibt da von ihm? Das ist immer noch das Ausrufezeichen und die gesperrte Mission, ne? Aber er löse ein Lager in Guthans Hoheitsgebiet auf. Irgendein Lager auflösen. Ja, das wäre natürlich das Vogelscheuchen-Lager gewesen eigentlich. Deswegen bin ich da letztes Mal hingefahren. Aber wir schaffen das noch nicht. Wir sind einfach noch zu schwach. Das bringt nichts. Wir losen da ja ewig ab da. Ich denke mal, da müssen wir doch erstmal noch ein bisschen sammeln gehen hier. Schrott und versuchen uns aufzuleveln. Was ist das hier? Wasserspeicher. Teile benötigt, ja. Ein paar Teile müssen wir noch anschaffen. Okay, dann bringt das nichts. Dann müssen wir erstmal nochmal ein bisschen durch die Gegend juckeln und versuchen ein paar Sachen einzusammeln. Dass wir uns aufleveln können. So, jetzt ist das auch noch dunkel. Hier haben wir auch schon mal Schrott. Da fahren wir jetzt auch mal hin. Okay. Hey, bam. Vielleicht können wir zwischenbrüllen noch ein bisschen was klar machen. Dass wir uns mal ein bisschen aufleveln hier. Damit wir uns das Lager dann vornehmen können. Boah, bam. Aber da ist doch auch Schrott, oder nicht? Meistens fällt da doch auch Schrott bei ab. Gucken. Hier ist nix. Ach, schade. Kann man nix einsammeln hier, ne? Oh, da kommt einer. Oh! Oh, können wir den erstmal vermöbeln hier? Ist auch gut. Oder sind das Zweites? Oh, der hat auch noch ein gutes Auto. Zwei gute Autos. Oh, oh, oh. Shit, shit. Okay, ich muss mich so mit denen anlegen. Komm her, hier, boy. Komm raus. Du faule Ratte. Komm raus hier. Komm her. Wie geht's geht's? Zack. So. Kann man mit der Hülle? Oh, er hat wieder kein Benzin drin. ganz klasse. Und den machen wir nochmal eben klar, ja? Und noch ein paar Teile Schrott absammeln. So. Ach, wo ist er? So, sehr schön. Schrott ist immer wichtig. Den auch noch. Die werden alle zerlegt hier. Ja. So, du kannst das Auto reparieren. Na, haben wir hier irgendwo Schrott. Kein Schrott hier. Unfassbar. Nichts abgefallen bei dem ganzen Kram. Doch da. Oh, oh. Wo kriegt mir das Teil? Boah, was ist das jetzt für ein Monstersturm? Da komm ich nicht hoch. Dann ist das Teil nicht. Okay. Komm ich nicht ran. Egal. Wow, wow. Was ist das jetzt für ein Monstersturm? Wo ist er meine Höhle? Boah. Hardcore-Sturm. Mein Lieber ans Auto. Ein Sturm zieht auf. Was ist das für ein heftiger Sturm? Da ist noch ein Teil. Egal. Ich will das Teil haben. Prost. Ich will das Teil. So. Heftig. Aber schnell hier irgendwo Schützen. wow 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 was geht hier ab oh krass clever stinken kommen die her krass was geht hier ab der monster sturm so komm her da andere auch noch kommen krass mega zerfetzt der vogel was war das denn ich gehe hier mal in die ecke wow das ist ja das absolut heftigste hier das habe ich noch nie gesehen und der eine typ ist eben völlig zerfetzt worden von der motorhaube glaube ich ich brenne schon wieder das gibt es doch nicht hier ist man irgendwo sicher jetzt ist gut ist gut ist gut mal entwarten bis dieser blöde sturm vorbei ist das gibt es doch nicht brennt schon wieder was für ein sturm das ist ja die härte hier krass das ist die folge wird auf jeden fall der super sturm heißen hier ja ich kann jetzt erstmal nichts machen ich muss warten bis der sturm zu ende ist hier ständig brennt wieder was ich glaube ich bin auch gleich weg vom fenster und ich glaube ja ich bin hier gleich ich weiß gar nicht wie das angehen kann dass ich jedes mal mit feuer fangen hier vom blitz getroffen nein ich bin vom blitz getroffen das gibt es ja gar nicht wow krass die kann man denn jetzt ständig vom blitz getroffen werden das ist die vom blitz getroffen folge der super sturm der super sturm endlich ist der sturm mal vorbei hier das gibt es ja gar nicht ja ich glaube viel haben wir in der folge heute nicht geschafft aber wir haben einen super sturm erlebt das ist doch schon mal was wo geht es denn hier jetzt zum auto wow heftig ich glaube wir müssen da mal wieder zur festung hin denn ich bin völlig am ende hier brennt das auto auch noch dann nehmen wir mal das andere auto hier aber unser steht ja auch da hinten zumindest haben wir schrott gesammelt was für ein super sturm ja krass 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 so jetzt aber beim schauen da ist der aussichtspunkt da kann man keine schnellreise machen tja gehen wir mal ich glaube zum nächsten lager das schaffen wir gar nicht mehr mit unserer mit unserem bisschen kraft wir sind völlig am ende hier wenn jetzt mal irgendwelche feinde kommen bin ich eh tot aber egal das zeige ich euch noch in dieser folge so viel muss sein ich glaube jetzt braucht nur noch jemand husten dann bin ich schon weg vom fenster hier hier war noch irgendwo was ne auf der anderen seite ist hier eine höhle was ist das denn heute für eine folge hier ich gehe hier mal rein das ein fein kommen ich habe nur noch so wenig energie da ist tatsächlich und da ist was zu essen das ist ja nicht zu fassen wow oh ich habe hier gleich so viel energie wieder gekriegt wie cool ist das denn die höhle hat sich wirklich gelohnt hier ist hier noch irgendwas was ich hier finden kann ich habe hier schon ganz gut eingesammelt hier ist nichts was ist das denn viel komisches ach das sind alles tote was hat der denn jetzt gegessen ich hoffe der hat kein menschenfleisch gegessen das klingt irgendwie wie ein hund ne und da ist auch irgendwo wasser da hinten also ist nicht mehr weit weg was ist hier ist auch noch eine ecke ok ok ja mein gott was für eine folge heute das war ja wirklich spektakulär mega sturm ich sehe dass ich hier wieder rauskommt draußen ist es dunkel da ist wasser ja ja hier ist wasser sehr schön das ist ja nicht so weit und dann ist das so das gucken wir uns nochmal eben schnell an und dann würde ich sagen beenden wir auch die folge mein gott was war das heute für eine aufregung hier dieser heftige sturm da muss doch irgendwo was sein das habe ich alles noch gar nicht gesehen da ist doch was ist das in dem berg drin oder da oben drauf ist das ja mein lieben und was das ist das sehen wir das nächste mal ich beende hier die folge bedanke mich bei euch für das freundliche zu schauen bis zum nächsten mal haut rein bleibt gesund und danke ciao